Nichts hat die Welt der Küchen in den letzten 30 Jahren so stark verändert wie der Kochstellenabzug. Was es so auf dem Markt gibt, welche Varianten wir in der Ausstellung haben, wir bringen euch einen kleinen Überblick über das Thema Kochstellenabzug. Hallöchen und herzlich willkommen auf dem Küchen-News-Kanal. Heute geht es um Muldenlüfter, ein quasi revolutionäres Element in der Küche. Aber so revolutionär ist es gar nicht, jedenfalls nicht zeitlich gesehen, denn es gibt es schon über 50 Jahre, nur hat es sich erst in den letzten 7-8 Jahren massenhaft auf dem deutschen Markt durchgesetzt. Das Synonym für Papiertaschentücher ist heutzutage Tempo. Wenn man sagt, hast du ein Tempo für mich, dann ist es mir egal, wenn du mir eins von Ja gibst oder von Penny oder von wem auch immer. Ich bin damit zufrieden. Bei Kochstellenabzügen ist das Synonym Bora. Den Namen habt ihr vielleicht schon mal gehört. Bora ist derjenige, der vor ungefähr 8 Jahren mit dem BIU den Durchbruch für Muldenlüfter auf dem Markt geschafft hat. Erfunden wurde das Ganze schon viel, viel eher von der Firma Gaggenau. Leider waren die damals ihrer Zeit voraus und es konnte sich nicht auf dem Markt durchsetzen. Es dauerte also noch wirklich Jahrzehnte, bis es endlich soweit war, dass ein Produkt marktgerecht zu vernünftigen Preisen in die Küchen der Nation Einzug halten konnte. Dampf steigt nach oben. Das haben wir alle ganz früh gelernt. Aber mit den Kochstellenabzügen kann man beweisen, dass Dampf nicht nach oben steigen muss. Und zwar kommt es hierbei auf die Strömungsgeschwindigkeit der Luft an. Die sorgt nämlich dafür, dass die Luft gar nicht erst nach oben steigen kann, sondern in dem Bereich, wo der Dampf entsteht, sprich in Kochfeldnähe, ist auch der Abzug. Und durch die enorm hohe Geschwindigkeit, die die Luft durch die kleinen Einströmdüsen erzielt, hat der Dampf keine Möglichkeit nach oben zu steigen, sondern wird einfach nach unten abgesaugt. Wir zeigen euch gleich in einem kleinen Video, wie der Effekt zustande kommt. Zur Illustration lassen wir jetzt mal Wasser kochen. Der Wasserdampf steigt nach oben. Die Haube oberhalb des Kochfeldes in einem vorschriftsmäßigen Abstand ist eingeschaltet auf höchster Stufe. Und ihr seht, wie der Dampf trotzdem, dass die Haube auf ganz hoch läuft, nicht wirklich überall abgesaugt wird. Das liegt unter anderem daran, dass wir eine enorm große Fläche haben, aus der die Luft angesaugt wird. Das heißt, auch wenn hier 600, 700 Kubikmeter pro Stunde umgewälzt werden, ist die Strömungsgeschwindigkeit sehr gering, weil die Fläche, durch die die Luft strömen kann, extrem groß ist. Um euch die Wirkungsweise von den Muldenlüftern besser zeigen zu können, benutzen wir ein mobiles Nebelgerät. Das macht die Luftströmung viel besser sichtbar, als wenn man nur Wasserdampf hat. Alle Kochstellenabzüge, die wir euch zeigen, funktionieren mit Induktion. Das Tolle bei Induktion ist ja, dass man nicht nur einfach Töpfe draufstellen kann, sondern man kann zum Beispiel auch eine mobile Grillplatte benutzen und kann dann direkt am Kochfeld mit einem super gut funktionierenden Dunstabzug seine Steaks grillen oder seinen Fisch oder sein Gemüse, was auch immer. Damit ihr die Größen und die nutzbaren Flächen der Muldenlüfter besser vergleichen könnt, benutzen wir von Miele diese schöne Grillplatte. Die hat nämlich den charmanten Vorteil, dass sie genauso groß ist wie zwei Kochplatten auf dem Miele-Kochstellenabzug. Wie der Gaggenau-Kochstellenabzug funktioniert, habt ihr ja gerade schon gesehen. Jetzt kommen wir zu ein paar Details. Das Besondere an dem Gaggenau ist zum Beispiel, dass die Knöpfe von vorne sind. Das heißt, die Bedienung ist nicht oben, abgesehen von der Bedienung für den Lüfter. Das ist oben auf der Kochstelle. Das Gaggenau-Kochfeld ist riesengroß mit 91 x 52 cm ist es das Größte, was wir in der Ausstellung haben. Wir haben hier die flächenbündige Variante eingebaut, sehr schick, sehr stylisch. Technisch ist noch dazu zu sagen, hier könnt ihr sehen, wie groß der Anteil der Fläche ist in Bezug auf das Element. Ihr seht, hier ist auf jeder Seite richtig viel Platz. Auch dieser riesengroße Topf findet Platz. Das Besondere an dem Gaggenau-Kochstellenabzug ist außerdem, dass man unten drunter nur einen 60er Schrank braucht. Die Umluft bei den Kochfeldern von Gaggenau wird ungeführt geleitet. Das heißt, ich habe auch keinen Verlust an Stauraumtiefe, sodass ich alles benutzen kann, was der Schrank an Stauraum bietet. Grundsätzlich ist es ja bei den Kochstellenabzügen so, dass das Gerät irgendwo sitzt. Die obere Blende bei den Schränken ist meistens fest. Hier haben wir jetzt die Knöpfe für die Steuerung eingebaut. Eine charmante weitere Lösung ist natürlich, dass man vorne in die Blende auch ein oder zwei Steckdosen integrieren kann, damit man bequem seinen Pürierstab, Mixer oder was auch immer in der Küche anstellen kann. Der Preis für das Kochfeld und die technischen Daten, das findet ihr alles in einer Tabelle, die wir am Ende des Videos für euch eingestellt haben. Dann könnt ihr in aller Ruhe euch alle Daten anschauen und dann wird es auch nicht so dröge, wenn ich jetzt hier nur von Zahlen rede. Eine Sonderlösung bei den Kochstellenabzügen ist das Bora Classic, das wir hier eingebaut haben. Der Unterschied zu den anderen Muldenlüftern ist, dass ihr beim Bora Classic oder auch beim Bora Professional ein modulares System habt. Das heißt, ihr könnt eure Kochstellen unterschiedlich kombinieren. Wir haben jetzt hier ein Freiflächeninduktion und ein Tepan, also eine Grillplatte, wo man direkt sein Fleisch drauflegen kann. Die Steuerung beim Bora Classic ist ebenfalls von oben im mittleren Modul. Wenn ihr mehrere Module baut, habt ihr immer ein Kochelement, Abzug, Kochelement, Abzug und so weiter. Es würde sich immer weiter fortsetzen und lassen sich rein theoretisch endlose reinbauen. Der Schrank unter dieser Kombination muss mindestens 80 cm breit sein und wir haben hier eine geführte Umluft. Das heißt, entweder habt ihr eine Insel, in der im hinteren Bereich etwas Platz zur Verfügung steht, um den Luftkanal zu führen bis zum Aktivkohlefilter. Oder ihr müsst in Kauf nehmen, dass das Schrankinnenleben mit tiefen gekürzten Auszügen ausgestattet wird. Wie das aussieht, das zeigen wir euch nachher noch in einer anderen Küche. Ihr seht auch hier wieder, das Vergleichselement lässt noch viel Raum für größere Töpfe. Alle Muldenlüfter, die wir euch zeigen, könnt ihr übrigens für den Abluft sowohl als auch für den Umluftbetrieb benutzen. Beziehungsweise wir können das so in eure Küche einplanen. Die Abluftvariante ist allerdings sehr stark auf dem Rückzug. Wir verbauen fast nur noch Umluftsysteme, weil eben die Abzugsleistung und die Reinigungswirkung so extrem gut ist. Und aus energetischen Gründen macht es sowieso heutzutage viel mehr Sinn, mit Umluft zu arbeiten. Eine Besonderheit bei den Bora Classic und Professional Abzügen ist allerdings noch zu zeigen. Und zwar geht es um die Umlufteinheit. Ihr seht hier die drei zylindrischen Kohlefilter. Das ist eine wirklich professionelle Luftreinigung. Die hält auch länger als bei den anderen Filtern. Nimmt natürlich im Gegensatz dazu aber viel mehr Platz in Anspruch. Das große Kombielement von Bora, das X-Pure. Relativ neu auf dem Markt ist es eine Erweiterung der vorhandenen Pure-Serie, die aus dem Basic hervorgeht. Wir haben hier ein Kochfeld von 83 cm Breite mit extrem großen Flächeninduktionselementen. Wie ihr hier an dem Vergleichsmodul von Miele seht, bleiben unten noch locker 10 cm mehr Platz für Kochgeschirr. Und wie sich das insgesamt auswirkt, das zeige ich euch hier mit zwei wirklich sehr großen Töpfen, die man da ganz bequem draufstellen kann, ohne dass es Platzprobleme gibt. Am liebsten verbauen wir rahmenlose Kochfelder in Auflage, genauso wie es hier eingebaut ist. Der große Vorteil ist, wenn ich jetzt mal noch mehr große Töpfe habe, kann ich die ein bisschen überstehen lassen und das schadet überhaupt gar nicht. Und ich hätte jetzt die Möglichkeit, vier von diesen 28 cm Töpfen auf eine Kochstelle zu setzen. Also sehr, sehr viel Platz auf den Bora-Kochfeld. Die Steuerung des Kochfeldes bei Bora erfolgt im mittleren Bereich unterhalb von der Einströmdüse. Das führt eben auch dazu, dass ich rechts und links den Platz enorm zur Verfügung habe. Bei dem Miele KMDA ist es zum Beispiel so, dass die Steuerung über die gesamte Breite geht. Der Filterwechsel bei allen Bora-Pure-Abzügen ist übrigens extrem einfach. Einströmdüse rausnehmen, Fettfilter rausnehmen und schon könnt ihr den Aktivkohlefilter herausnehmen. Ein weiterer Hersteller von Kochstellenabzügen ist die Firma Elika. Hier mal ein weißes Kochfeld in einer weißen Küche. Wer es mag, mag es. Wer es nicht mag, mag es halten. Das Modell Switch von der Nikola Tesla Serie hat den charmanten Vorteil, dass ich die Optik des Kochfeldes verändern kann. Egal, ob ich jetzt ein weißes Kochfeld habe oder ein schwarzes, ich habe dann die Möglichkeit, die Einströmdüse in der entsprechenden Farbe dazuzubekommen. Die Steuerung erfolgt über ein 5-Slider-Element im vorderen Bereich. Das führt natürlich dazu, dass ich auch wieder etwas kleinere Kochstellen habe. In dem Falle liege ich hier im Bereich der Größe der Miele-Kochstellen. Eine weitere tolle Lösung bei Elika ist der Filterwechsel. Der ist nämlich extrem simpel, wird von oben gemacht. Wir haben hier so eine kleine Angel, mit der man die Filter herausholen kann. Insgesamt habt ihr vier Filter davon. Es gibt bei Elika auch Filter, die regenerierbar sind und fünf Jahre halten. Die Umluft bei den Elika-Elementen wird ebenfalls geführt, sodass ich im Schrank dann einen tiefengekürzten Auszug nur einbringen kann. Ich verliere 10 cm Einbautiefe bei den Schubkästen. Ein weiteres tolles Kochfeld von Elika, das wir in der Ausstellung haben, ist das Nikola Tesla Libra. Das Libra steht für die integrierte Waage. Ihr könnt tatsächlich auf diesen silbernen Bereich euer Wiegegut legen. Es wird sofort angezeigt, hier jetzt gerade noch in Unzen und Pfund. Ich kann das aber auch verstellen, indem ich das einfach auf Gramm umstelle. Jetzt haben wir hier eine Pfanne mit 1,135 kg. Die Größe und die Induktoren unter dem Kochfeld sind identisch mit dem Nikola Tesla Switch. Der Unterschied ist unter anderem, dass hier ein anderer Motortyp verbaut ist, der etwas lauter ist und etwas weniger Leistung hat. Der Filterwechsel funktioniert ebenso wie bei der Switch mit dem Element im hinteren Bereich. Da die Außenmaße und die Induktionsspulen bei dem Kochfeld identisch sind mit dem Nikola Tesla Switch, habe ich natürlich auch beim Kochen den gleichen Platz. Die Steuerung ist zwar nur in der Mitte, ich habe aber vorne, rechts und links keine Funktion dadurch gewonnen. Nur etwas Platz. Ebenfalls ist hier eine geführte Umluft verbaut, sodass im unteren Bereich tatsächlich ein tiefengekürzter Auszug nur zum Einsatz kommen kann. Bei einer Umlufthaube muss natürlich die Luft, die gereinigt und gefiltert wird, wieder in den Raum zurückgeblasen werden. Bei dem Modul von Elika, bei den Pure-Kochfeldern von Bora oder zum Beispiel auch bei den Feldern von Gaggenau, Bosch, Siemens, Neff, wird das ganz diffus über den Schlitz, der zwischen Sockelblende und Unterschrank ist, in den Raum geleitet. Man hat also nicht das Gefühl, dass es zieht unten herum. Der Kochstellenabzug von Bärbel hat ein besonderes Feature und zwar kann ich bei dem Bärbel-Kochstellenabzug die Einströmdüse verändern, wenn ich zum Beispiel nur auf einer Seite koche, kann ich das Element verschieben, sodass die Luft viel gezielter nur auf der einen Seite angesaugt wird. Das Kochfeld ist ca. 83 cm breit, hat von den Induktionsstellen her aber leider nicht viel mehr Platz als zum Beispiel das von Miele. Da sind die Elemente von Bora deutlich überlegen. Die Steuerung erfolgt zentral unterhalb der Einströmdüse, analog zu den Geräten von Bora. Ich habe die vier Kochstellen zur Auswahl und in der Mitte kann ich dann den Lüfter steuern und kann dann nach dem Anwählen jeder einzelnen Stufe das einstellen. Die Umluftführung bei Bärbel erfolgt ebenfalls geführt und das hat leider den Nachteil, wenn ihr nicht über eine übertiefe Lösung verfügt, sondern eine ganz normale 60er Planungstief in eurer Küche habt, dass der obere Auszug tatsächlich 10 cm tiefen gekürzt ist, der untere allerdings noch weiter. Den Unterschied könnt ihr erkennen, wenn ich jetzt hier einen ganz normalen Auszug noch dazu herausziehe. Es geht also durch das System leider etwas an Stauraum verloren. Die technischen Daten von den Kochfeldern unterscheiden sich nicht wirklich stark. Die Lüfterleistung ist vergleichbar, die Lautstärke ist überall vergleichbar und auch die Steuerung ist, auch wenn sie anders gehandhabt wird, doch relativ identisch. Die Ausstattung mit Kindersicherung, Timer-Funktion, Stop-and-Go-Funktion, Topferkennung und so weiter und so weiter. Das haben alle Kochfelder, die wir im Angebot haben, automatisch mit drin. Zum Größenvergleich für die Kochstellen auch hier nochmal der 28-Zentimeter-Topf. Da ist nicht mehr viel nach bei diesem Koch. Das Bosch PVQ 795. Der erste richtig gute Kochstellenabzug von der BSH-Gruppe, sprich Bosch Siemens Neff. Der erste Versuch, den die gestartet hatten, hatte null Chance von der Technik her, vom Aufbau her, vom Design her gegen die Produkte von Bora. Diesen Produkten der neuen Serie ist der BSH ein wirklich großer Griff gelungen. Das raubt wirklich Marktteile dem Marktführer Bora. Das Bosch PVQ 795 braucht nur einen 60er Unterschrank. Es hat eine ungeführte Umluft, so wie die Systeme alle. Man kann auch geführt bestellen, wir verkaufen aber immer die ungeführte Variante, weil es einfach komfortabler ist für alle Beteiligten. Und wir haben hier zuschaltbare Bräterzonen rechts und links, wobei ich dazu sagen muss, ich empfinde das als ein verzichtbares Feature. Warum ist das verzichtbar? Das ist für mich relativ simpel nachvollziehbar. Natürlich, auf den ersten Blick ist es ein tolles Verkaufsargument. Ich habe eine Kombizone. Ich kann das hier mit dieser Taste Kombi schalten und habe dann für das Kochfeld die Steuerung und habe beide Elemente mit der gleichen Temperatur eingestellt. Wenn ich jetzt die Kombi-Taste auflöse, seht ihr, dass bei beiden 5 steht. Und das ist genau das, warum ich sage, so eine Kombizone ist verzichtbar, denn ich kann ja auch, wenn das Gerät aus ist, mit genauso vielen Tasten drücken, das Ziel erreichen. Ich wähle mein Kochfeld an, drücke die 5 und wähle mein Kochfeld an und drücke die 5. Ansonsten muss ich eben die Kombi-Taste erst drücken und dann die Kochstelle wählen. Ich finde, das ist jetzt nicht wirklich so viel mehr Aufwand. Für mich persönlich ist sogar der Vorteil, selbst wenn ich jetzt eine Kombi-Zone habe und ich grille hier was, dann kann ich im unteren Bereich das ganz hochstellen und kann da scharf anbraten und im oberen Bereich stelle ich das Ganze nur auf 2 oder 3 eben zum Warmhalten und habe dann die Möglichkeit, das flexibel zu benutzen. Für mich persönlich ist eine Bräterzone auf dem Kochfeld verzichtbar. Die Induktionsstellen sind, wie ihr seht, identisch mit der Größe von denen bei Miele. Es gibt bei Bosch auch noch eine Serie PXX, heißt die. Da ist das Kochfeld an sich größer und ihr habt auch den Bereich bis unten hin für die Nutzung zur Verfügung. Neben dem genannten breiteren 8,95er gibt es auch ein Kochfeld für 60 cm breit. Das ist 61 cm dann auf der Arbeitsplatte. Ich habe also drei verschiedene Größen bei den Bosch-Kochstellenabzügen zur Verfügung. Zur besseren Illustration auch nochmal der große Topf. Also hier bleibt auch nicht viel nach, wenn ich mit wirklich großem Kochgeschirr arbeite. Alle Kochfelder, die wir euch bis jetzt gezeigt haben, sind sogenannte rahmenlose Felder. Das heißt, das Glas hat außenrum kein Metallrand. Warum, haben wir euch erklärt. Es macht viel mehr Sinn, wenn man größere Töpfe hat, keinen Rahmen zu haben. Ihr könnt das hier an diesem Kochfeld noch besser erkennen, wenn ich nämlich jetzt hier mit dem Topf maximal nach oben bewege, dann bin ich schon mit dem zweiten Topf auf der Steuerung. Und ich kann den oberen Topf nicht nach hinten weiterschieben, weil wenn ich das tue, es geht zwar technisch, dann erhitzt sich aber der Metallrahmen und der Kleber würde sich lösen. Und damit würde die Verbindung aufgehen und es wäre halt beschädigt. Zu guter Letzt zeigen wir euch die neueste Errungenschaft, die wir im Studio haben. Es handelt sich um das Bora S-Pure, das kleine Bora-Kochfeld mit einem 60er Glas. Bora ist hier einen Weg gegangen, das Ganze asymmetrisch zu machen. Das hat in meinen Augen extrem viele Vorteile. Der Wettbewerb macht das immer alles schön gleich, aber Bora ist ein bisschen anders und das ist auch gut so. Durch diese Asymmetrie haben wir nämlich die Möglichkeit, obwohl wir nur 60 cm Kochstelle haben, unser Vergleichselement zu verschieben und Sie sehen, das sind noch locker 12 cm zusätzlicher Platz. Wir haben bei dem Bora S-Pure eine Kochstelle mit 21, eine mit 18, eine mit 14 und eine mit 10 cm Durchmesser. Somit kann ich alle Möglichkeiten bedienen und habe trotzdem nur wenig Platz verbraucht. Jetzt fragen sich vielleicht die Leute, die keine Erfahrung mit Kochstellenabzügen haben, was mache ich denn eigentlich, wenn ich hohe Töpfe habe? Saugt das dann immer noch ab? Natürlich, denn dafür gibt es unser Multi-Color-Hochtopf-Absaugsystem. Das ist natürlich völliger Unsinn. Es handelt sich hier um farblich angepasste Einströmdüsen. Bora bietet das an, um der Küche einen farblich anderen Touch zu geben. Wir verkaufen das tatsächlich relativ häufig. Es gibt dem Kochfeld gleich ein anderes Aussehen und jeder kann sich ein bisschen mehr selbst verwirklichen. Aber zurück zum eigentlichen Problem. Was passiert eigentlich mit dem Wasserdampf bei hohen Töpfen? Natürlich ist jedes System irgendwann an seinen Grenzen. Und auch klar ist, dass Wasserdampf bei der Strömungsgeschwindigkeit irgendwann nicht mehr erreicht wird, je höher der Topf ist. Wir lassen jetzt das Wasser einmal kochen, ohne Lüfter. Und ich hoffe, man kann es sehen, dass der Dampf halt hochsteigt. Wenn ich jetzt hier eine Stunde kochen würde, wären sicherlich die Schränke beschädigt durch den Wasserdampf. Jetzt kann ich den Lüfter aber einschalten. Und dann sieht man, dass ein Großteil der Luft tatsächlich schon in Richtung Einströmdüse so geht. Trotzdem geht natürlich noch ein großer Teil des Dampfes nicht dahin, wo er eigentlich hin soll. Dafür gibt es ein ganz einfaches Lösungselement. Und zwar nehme ich einen handelsüblichen Kochlöffel und klemme ihn einfach zwischen Deckel und Topf. Und kann so bei stark verringerter Lüfterleistung trotzdem sämtlichen Dampf einziehen. Noch besser funktioniert das Ganze natürlich mit extra für Kochstellenabzügen konstruierte Töpfe, die hier einen definierten Luftauslass am Deckel haben. Wenn ich den aufsetze, dann kann ich auch bei höchster Stufe kochen. Alles an Dampf wird eingesaugt. Und ich kann natürlich bei geschlossenem Deckel die Kochhöhe, die Einstellung der Platte reduzieren und letztendlich noch weiter auch den Lüfterstrom reduzieren. Und jetzt kocht das Wasser sprudelnd. Aber es wird trotzdem alles eingesaugt, obwohl wir nur auf Stufe 4 das Ganze laufen lassen. Also auch hohe Töpfe, kein Problem mit Kochstellenabzügen. Luftführung, Steuerung, Filterwechsel, natürlich bei dem S-Pure genauso wie beim Bora Pure und beim Bora X-Pure. Der Miele KMDA Kochstellenabzug hat neben der gewohnten Miele-Qualität auch noch eine ganz hervorragende komfortable Steuerung im vorderen Bereich des Feldes über die gesamte Breite. Das führt zu den bereits erwähnten Einschränkungen in der Größe der einzelnen Kochstellen. Ein weiteres Feature, was mir persönlich bei dem Miele Kochstellenabzug nicht so gut gefällt, ist der definierte Luftauslass. In dem Bereich muss im Sockel ein Loch geschnitten werden, wo der Filter sitzt, der die Luft von den Geruchsstoffen filtert. Und in dem Element kommt dann auch die gesamte Luft definiert in den Raum rein, sodass an der Stelle tatsächlich auch eine spürbare Strömung erzeugt wird, was viele Menschen als unangenehm empfinden könnten. Wir blenden jetzt nochmal für euch die Tabelle mit den technischen Daten, Preisen und ein paar Ausstattungsmerkmalen ein. Da könnt ihr pausieren und euch das in Ruhe angucken. Bitte nagelt mich nicht auf Kommastellen oder Ähnliches fest. Das ist alles aus den Katalogen übernommen. Ich kann leider keine Gewähr für die Korrektheit der Daten übernehmen, aber für einen groben Überblick reicht es bestimmt. Vielen Dank an alle, die sich die Mühe gemacht haben, bis hierher zuzuschauen. Wenn ihr Vorschläge für weitere Videos habt, schreibt es in die Kommentare. Wir schauen mal, ob wir was drehen können für euch. Wenn ihr wissen wollt, welche Werkzeuge oder Hilfsmittel wir in den Videos verwendet haben, schaut auch einfach unten nach, da schreiben wir das immer rein. Wenn ihr weitere Videos von uns sehen wollt, könnt ihr da klicken. Wenn ihr unseren Kanal abonnieren wollt, worüber wir uns sehr freuen würden, könnt ihr das natürlich gerne auch tun. Außerdem freuen wir uns, wenn ihr uns ein Like da lasst und selbstverständlich auch die Glocke aktiviert. Tschüss!